In diesem Video zeige ich dir, wie du die Bruststimme und die Kopfstimme elegant miteinander verbindest, sodass du nie wieder diesen hässlichen Bruch beim Singen in der Stimme hast, sondern stattdessen richtig elegant die beiden miteinander verbindest. Ganz einfach. Bevor wir direkt mit der Übung einsteigen, noch ein paar Informationen, die dir helfen werden zu verstehen, wie diese Übung funktioniert und wie deine Stimme funktioniert. In der Bruststimme, da ist nämlich dein Musculus Vocalis aktiv, das heißt der Stimmbandmuskel in der Stimmlippe, der spannt sich an und dadurch bekommt die mehr Masse, die wird so ein bisschen dicker, das ist so eine zopfartige Muskulatur und dadurch wird die dicker, es muss also mehr Masse bewegt werden in der Bruststimme beim Singen und gleichzeitig ist es so, dass deine Stimmlippen sich auf ihrer gesamten Länge öffnen und wieder schließen und diese Vibration, die dann noch zusätzlich entsteht, die nämlich in die Stimmlippe reingeht, die geht auch ganz tief in die Stimmlippe rein. Das heißt, kurzgesprochen, ganz einfach gesprochen, du hast viel Masse beim Singen in der Bruststimme, in deinen Stimmlippen. In der Kopfstimme hingegen ist es so, wenn du in der Kopfstimme singst, dann entspannt sich der Musculus Vocalis, das heißt die Stimmlippe verliert an Masse, die Stimmlippe ist sehr gespannt oder beide Stimmlippen sind sehr gespannt und sie schwingen nicht mehr bzw. öffnen sich nicht mehr auf der gesamten Länge, sondern nur noch so ungefähr auf einem Drittel ihrer Länge. Das heißt, da wird schon weniger Masse bewegt und die Schwingung, die geht immer mehr an die Randkanten der Stimmlippe. Das heißt, auch die Vibration geht nicht mehr so tief in die Stimmlippe rein. Wenn wir das Ganze also ganz einfach nochmal zusammenfassen, dann hast du in der Bruststimme viel Masse, die bewegt wird und in der Kopfstimme wenig Masse, die bewegt wird. Das ist wichtig. Was passiert also in deiner Stimme, wenn deine Stimme bricht? Die Koordinationen, die dafür zuständig sind, die Muskeln, die daran beteiligt sind, das alles neu einzustellen, den gesamten Apparat hier im Kehlkopf, die machen einfach diesen Massewechsel, diese Veränderungen zu schnell, zu abrupt und dadurch hast du dieses Ua, Ua, anstatt dass das in einer sanften Ua, Aua gleichmäßigen Bewegung passiert. Und genau das wollen wir trainieren. Ich hoffe, meine Erklärung war simpel genug, denn ich möchte ja, dass möglichst viele Menschen auch von meinen Videos profitieren können. Lass mich bitte in den Kommentaren wissen, wenn es einfach genug war, schreib einfach das Wort einfach in die Kommentare. Wenn es dir zu kompliziert war, dann schreib komplex in die Kommentare. Ich hoffe, auch das war jetzt nicht zu komplex. Weiter im Text. Bevor du jetzt den Übergang zwischen Brust- und Kopfstimme richtig geschmeidig machst, möchtest du eventuell die Kopfstimme und die Bruststimme erstmal isoliert trainieren. Dafür habe ich auch Videos. Links findest du in der Beschreibung oder eventuell hier oben auch. Aber wir fangen jetzt gleich mal an, den Übergang richtig schön geschmeidig zu machen. Sag jetzt bitte einmal das Wort au, als würde dir etwas schweres auf den Fuß fallen. Und du sagst au. Ich denke, das hast du jetzt schon gesagt. Ich kann es ja nicht hören von hier aus, aber ich hoffe, du hast es gesagt. Und zwar genau das wollen wir jetzt verwenden. Jetzt sagst du einmal au in Zeitlupe. Probier das ruhig ein paar Mal aus. Und wir wollen nämlich genau diese Vokale benutzen, um den Übergang schön geschmeidig zu machen, um den Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme für dich richtig, richtig gut zu machen. Und zwar benutzen wir in der Bruststimme den Vokal A, weil der erfahrungsgemäß für die meisten in der Bruststimme leichter zu singen ist, und den Vokal U in der Kopfstimme oben. Und dann schleifen wir einfach mal von der Bruststimme ausgehend einen Ton hoch. Das heißt, du fängst einfach in einer Lage an, in der Bruststimme, in der es für dich gemütlich ist. Für mich zum Beispiel. Und ziehst den Ton langsam hoch bis in die Kopfstimme und morphst den Vokal vom A langsam zum U. Ja, probier das mal aus für dich. Und noch ein kleiner Hinweis, falls du öfter mit dieser Übung üben möchtest, speichere dir die am besten in deinem Browser oder in einer Liste auf YouTube, dann kannst du jederzeit zurückkehren und die Übung nochmal mit mir machen. Also, wir machen das noch einmal von der Bruststimme in die Kopfstimme. Und dann zurück von der Kopfstimme wieder in die Bruststimme. Wenn deine Stimme jetzt im Übergang doch brechen sollte und dir nicht so richtig geschmeidig geht, dann ist es oft so, dass du einfach zu laut dabei bist. Ja, wenn du mit richtig großer Lautstärke hier anfängst. Ja, dann bricht die Stimme. Genauso umgekehrt. Funktioniert nicht so richtig. Stell dir mal Folgendes vor. Stellen wir uns so eine, wie heißt das nochmal, eine Sanduhr vor. Eine Sanduhr. Und mach mal mit mir, mit deinen Händen so eine Bewegung, als würdest du eine Sanduhr nachzeichnen in der Luft. Ja, die ist nämlich hier oben, ist sie ein bisschen breiter. Dann in der Mitte, da wird sie schmaler. Und hier unten wird sie auch wieder breiter. Und in der Mitte, da rieselt der Sand durch. Und so ähnlich können wir uns unsere Stimme vorstellen. Und du dir deine. Hier oben, da hast du also diesen großen Bubbeln, da ist die Kopfstimme. Und da kannst du auch in der Mittellage mehr Lautstärke entwickeln. Uuuuuh. Ja, relativ einfach. Und hier unten hast du die Bruststimme. Und gerade in den Mittellagen ist es hier relativ einfach, viel Kraft und Lautstärke zu entwickeln. Aber dazwischen, im Übergang, das habe ich jetzt, glaube ich, eh schon ein paar Mal gesagt, der wird auch Passaggio genannt in der italienischen Gesangsschule. Und Passaggio heißt so viel wie Durchgang. Und ein Durchgang ist ja auch immer schmaler als der Platz dahinter. Der ist schlanker. Und so ist es hier auch. Und in unserer Vorstellung, da wo es schlank wird, ja, da sollten wir auch ein bisschen leiser werden. Und im Idealfall, wenn es am Anfang noch nicht klappt, das Bruch loszumachen, im Idealfall wirst du da einfach langsamer und leiser. Und du wirst einfach so viel langsamer und leiser, bis du es irgendwann mal schaffst, da vollkommen nahtlos und schön elegant durchzukommen, durch den Übergang, durch das Passaggio. Uuuuh. Okay, probieren wir es nochmal zusammen. Uuuuh. Und umgekehrt geht das Ganze natürlich auch aus der Bruststimme. Uuuuh. Okay, diese Bewegung, das soll dir nur helfen, dir das vorzustellen. Du musst nicht jedes Mal die Bewegung beim Üben machen, selbstverständlich. Kopfstimme und Bruststimme kannst du noch in den Videos, die ich hier irgendwo verlinkt habe, trainieren. Ansonsten Fragen in die Kommentare, abonnieren und Glocke aktivieren. Daumen hoch, Teile nicht vergessen und folge mir auf sozialen Medien, wenn du magst. Bis dann. Happy Humming.